heute meine lieben leute und herzlich willkommen von big web tv heute wieder das große wiegen ich habe mir heute mal die haare komplett runter gemacht das ging auf den keks also nicht komplett ist das drauf aber wie sich kürzer gemacht denn das hat den nervt die langen habe ich denke mal so geht es auch wenn meine kommentare schreiben sie dazu sagt ob es so angenehm ist also mir ich finde es okay man kann es verlassen man hat ja mittlerweile ich werde es auch glaube ich jetzt immer so machen ja meine leute was geht es heute um heute geht es darum ja das große wiegen haben ja schon gesagt ich mache mich mal klein ich weiß ich mal in die ecke dass wir das ergebnis sehen wir hatten ja letzte woche wir sind hier 118,5 kilogramm ja das ist auch das ende gewesen von dem battle das geht zwar jetzt noch weiter im prinzip wer am besten das gewicht hält und da schauen wir mal diese woche rein und da sehen wir 116 kommen meine leute warum kann man letzte woche nicht zustande warum aus diese woche aber ist egal ich freue mich trotzdem denn somit ja gehen wir mit guten schritten wieder voran dorthin wo wir hin wollen meine leute das heißt ja wir haben 1,6 kilogramm verloren bmi wert haben wir auch minus 0,4 fett minus 0,8 sogar muskeln haben wir aufgebaut bloß 0,4 und wasser haben wir bloß 0,6 jetzt genau bei 50 prozent wasser wir haben ungefähr die hälfte wasser besuchen können aber da muss ich ja trotzdem mal gucken wo das hingeht das sind wenn man ein auge behalten ja mein lieben leute das behalten wir mal im auge und dann schauen wir mal weiter wie das hier weiter geht ja heißt es ein video sei noch nicht online wenn er das aber ist es soll heute aber online gehen müssen wir schauen geht auch am besten auf seinen kanal vorbei schaut mal vorbei um das zu verfolgen ja link wie immer in der video beschreibung ansonsten gibt es eigentlich heute nicht viel zu berichten ich bin total happy ich werde auch gleich noch eine radtour machen ja deswegen ja ein bisschen kürzer heute macht aber nichts die ergebnisse sind bekannt ihr wisst bescheid wir sehen uns dann wenn ihr mögt beim nächsten mal wieder verfolgen ob diese woche noch ein video kommt ich weiß nicht ein wieder von der radtour ich muss gucken es ist ja dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wie immer gilt dauspreis nicht mit likes geizen lasst ein abo da aktiviert die ohren steif auf wiedersehen